hey peace leute herzlich willkommen hier zum dampf also das dampfkessel display ist damit abgeschlossen und leider muss etwas erzählen wenn ihr das dampfkessel wieder nicht findet ich war so dumm und hab es gelöscht heute wollen wir ein paar codes einlösen und dann fangen wir an mit sonne und mond night in flat also bilden shadows oder nachts in flammen na gut geht los gut 7 ok da habe ich ein feld gemacht dass der code wurde nämlich schon eingelöst und die hier schon eingelöst ok das dann haben wir zwei erwischen wenn die eingelöst sind haben wir nur zwei lustens ja das haben wir und der letzte haben wir auch dann lösen wir diese karton ein dann haben wir zwei evolution und ich habe mir jetzt noch überlegt das könnte können wir jetzt noch aufmachen ein booster pack von evolutions können wir aufmachen heute ohne facecam also ich hatte ja noch nie ein facecam weil ich das angewiesen gelöscht habe und dann ja hier pikachu von leo raupy kabador stern du pokédex kokona smogon raupy und jugon gut dann war es das mit diesem video